Er könnte bald der neue britische Premierminister werden. Rishi Sunak hat bereits mehr als 100 Unterschriften von Abgeordneten seiner konservativen Partei gesammelt. Diese sind notwendig, damit er für das Amt des Parteivorsitzenden kandidieren kann. Die Frist dafür sollte an diesem Montag um 14 Uhr Ortzeit ablaufen. Für Sunaks Mitbewerberin und Ministerin für Parlamentsfragen, Penny Mordent, gilt es als unwahrscheinlich, dass sie bis dahin die nötigen Unterstützer finden kann. Ex-Premier Boris Johnson, der sich ebenfalls Hoffnungen machte, Nachfolger von Liz Truss zu werden, zog sich am Sonntagabend aus dem Rennen zurück. In einer Erklärung teilte er mit, er habe genug Unterstützer, aber er habe entschieden, das sei nicht der richtige Weg. Man könne nicht effektiv regieren, wenn man keine geeinte Partei im Parlament habe. Dass Johnson 102 Unterschriften von Parlamentsabgeordneten zusammenbekam, konnte nicht verifiziert werden. Jetzt könnte alles schnell gehen. Rishi Sunak könnte bald in die Downing Street einziehen und Großbritanniens erster hinduistischer Regierungschef und Nachfolger seiner einzigen Rivalen Liz Truss werden.